Hallihallo, wieder mal Grüße aus meinem Proberaum. Nach nun mittlerweile, ich weiß nicht, 13, 14 Monaten, wo ich hier fast nur im Proberaum täglich viele, viele Stunden verbringe, kommt man natürlich auf blöde Ideen. Die neue Idee ist, ich habe meinen Seitenverkehr aufgebaut und spiele jetzt wie ein Linkshänder. Meine ersten Versuche werde ich euch heute hier präsentieren. Viel Spaß! Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und euch über die Fortschritte informieren. Video darf natürlich geteilt werden. Kanal abonnieren. Glocke aktivieren. Daumen nach oben. Wünsche, Fragen und Anregungen. Und Kritik natürlich in die Kommentare schreiben. Bis morgen. Ciao.